Ja, genau. Es ist einfach zu viel. Heilige. Tja, hier kommen sie denn rein? Hey, danke. Ich werde nur rausgedrückt. Ja, nur vielleicht ist auf der anderen Seite... Ja, auf der anderen Seite ist auch was. Guck mal vorne, da sieh ich es ja schon. Da sieh ich ja noch mal draußen. Nichts hält mich da jetzt ab, nach hinten. Nichts hält mich auch. Da ist bestimmt irgendwie was oder sowas dran. Nee, geheime Munitionskiste. Trägt mich doch nicht raus. Ach, scheiße. Trägt mich nicht raus, das Ding drückt dich raus. Die ganzen Fans... Hi, hoi, hoi. Was spawnt nix, meh? Ich sag nix, äh, ich mein... Bitte, siehsam, öffne dich. Nein. Oh, ist das Level jetzt eigentlich beim Wohrum? Welche gute Sprüche fühlt sich um den Unterdrimm? Dabei kommt das gar nicht zu meinem Vorles-Level, ne? Nee, weil ständig was zu tun ist. Jetzt geht's auf. Geh auf. Los, mach. Geh auf. Los, bitte. Tu es. Warum? Was ist denn jetzt... Was ist denn jetzt... Was ist denn jetzt... Nett. Die arme Palme. Oh mein Gott. Er hat den Alp getötet. Hey. Hey. Tieté. Hm? Tui. Hey. Tch. Oh, look. Was hier mit einem Ping von 500 Spielen ist, ist echt ein Wunder, ne? Oh, ja, schon. Naja, aber ich habe das Level jetzt endlich mal. Bitte. Ja, das geht auf. Das ist eine Pneumonie. Aber nur drei Schussfehle. Puh, Level abgeschlossen. Oh, holla. Oh, mach mal hier. Auch geschätzte Zeit, eine Stunde und zehn Minuten. Spielzeit, 40 Minuten. Geheimnis ist drei von acht. Egal. So. Themen Luxor. Das sieht ja schon lustig aus an der Karte. Gut, das Level ist abgeschlossen. Dann schließen wir jetzt gerade ab, okay? Okay. Das war Series M für die Aufnahme. Ja, für diese Aufnahme. So wie es aussieht, werden wir das jetzt nochmal in Angriff nehmen und... Ja. Haben wir schon. Die Kanone sieht lustig aus. Hat keinen Griff, kein gar nichts. Das geht einfach. Ja. Gut. Okay. Bis zur nächsten Aufnahme. Ne? Genau. Okay. Ciao. Tschüss.